so okay und jetzt okay dann machen wir es halt so ich habe jetzt ja nur drei charaktere die anderen müssen muss ich schon freischalten es gibt auch drei klassen anscheinend ich habe das spiel noch nicht aber kein lustes spiel alleine zu spielen wollte bisher kleiner so warte mal mit wem spiel ich überhaupt ich bin ein spiel und mich ja die fähigkeiten oder einfach aussehen man hat auch fähigkeiten ja aber niemand nimmt einen anderen ich dachte weil wir im selben team sind nehmen wir am besten dasselbe echt wo siehst du die fähigkeiten da steht doch extra oben scharfschütze naja das sind klassen auf jeden fall das sind klassen richtig jetzt die frage wie ich okay cool du bist ja spieler 1 möchte das ist das spannende match zwischen das grischa ja mit das grischa gegen das grischa wir möchten das grischa bist du also ich kann schon ein beispiel ich finde es passt ich bin jetzt zwei oh ja ich habe es welche taste okay also unten ist passen alter was mit hast du hast du hast dass das nochmal okay dass die fall ich weiß wie schießt man denn das ich habe geschossen recht ist das ding ach so okay hey wie kann man die leute umsammeln ja ich kann mich diskutieren so kann ich nicht schließen ach so ich habe so ein ding auch hier ja ich jetzt gar nichts wie machen wir vor noch machen wieso schießt er nach hinten ich glaube das ist böse hast du mich ich glaube wenn b ist schießen ja das sieht doch wie schießen aus oder was die fähigkeit ach so die fähigkeit habe ich mit rt machen wir pass wieso man überhaupt ein tor macht wenn du so fett perfekt ach man kann aufladen man kann den schuss aufladen nein ich denke ich glaube indem man festhält oder schießen bei mir ist das also bei euch müsste das kreis sein genau wie bei fifa ah guck das ist auch ein ziel habt ihr das gerade gesehen im tor ja ja okay aber jetzt kommt da nichts durch ja ja aber der wird genau so was was ist das mit dem scheiß die man da geht mal aus das war nicht stark genug so jetzt okay jetzt verstehe ich das mein gott hat mich abzubrechen ihr müsst übelst lange halten bis diese animation kommt und danach könnt ihr mit dem linken stick könnt ihr zielen wohin aber jetzt ist ja genug ja jetzt nicht mehr wie bei fifa wie bei den alten fifas grün das wird grün wenn man richtig alter junge ist das kompliziert die noch nicht um was ist das denn was ist das für eine anbus kacke muss ist das okay 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 aber ich weiß auch nicht wie machen wir das um noch mal ich weiß nicht sie zu siehst du ein kleines fadenkreuz hast hast es jetzt ich glaube man muss den auf jeden fall erst mal einwand doch gekommen kommen kommt 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 ich konnte nicht durch ich kann nicht nacken aber er ist auch wieder rausgeflogen das soll die scheiße dass das nicht schick schick stück a ja ist stimmt ja soll die scheiße jetzt war was sollen das war die pinguine ist auch noch hin und was du es zu halten ich weiß aber noch nicht immer umlockt dann ernst kreis bei mir schießen das hat siehst du dann ja dann ist das spiel bei mir verpackt. Oh, Leute. Trotzdem nicht getroffen. Wie nockt die eigentlich? Ah, hier. Bei mir. Also, Dreieck ist nocken. Was erzählst du denn, Kreis? Ja, ich dachte, es wäre Kreis. Das Spiel funktioniert bei mir nicht. Ja. Ich kann es aber die Tasten. Ich schmerze. Hey, kannst du die Tasten immer noch nicht. Ich kann die Tasten selber nicht. Hey, ey. Du, Kino, Alex. So nicht. Ey, das ist, hä? Ah, ja, ich kann, hier, 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 hier. Ich schleppe mich davor. Jawohl. Michi, komm, komm, komm. Ich versuche, hier wegzukommen. Hä? Was ist das hier? Ah, rein da, rein da. Kloppen, kloppen. Welche Tast ist Y? Welche Tast ist Y? Dreieck, 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 Dreieck. Ah, okay. Ey, das war ich mit Alex, oder wie? Mach, schieß es geschafft. Ja, ich bin dabei. Ja, schieß rein. Hä? Och, nee, Mann. Warum wird der immer nur... Das Spiel ist verbuggt. Ich sag's doch. Also, Dreieck ist Leute umhauen. Dreieck ist Schießen. Und... Was ist noch? X ist Passen. X ist Passen. Und Viereck ist Spezialfähigkeit, ne? Oder? Ich weiß, ich glaube nicht. R1 ist Dashen. Ach, R... Nee. Hat jeder den Dash? Also, weiß ich nicht. Also, mit Dash meine ich auch, einfach schneller laufen, ne? So ein Dash. Ach so. Nee, ich hab so ein Teleport. Ein Teleport und dann hab ich ein... Ich glaub mit LT oder RB habe ich... Äh, äh, oder LB. Ist das so ein Magie-Schuss auf jemanden. Michi, mach mal go. Ach so, wir müssen gleich nochmal starten, bestimmt. Gibt's kein Replay-System. Ja. Ja, genau, Matchmaking und dann rechts online. Ne, nicht wieder online. Nicht lokal. Obwohl, lokal müsste vielleicht auch gehen, ich weiß es nicht. Ach so. Oh, ich bin Spieler 3. Warte mal, wer ist Spieler 1? Michi. Ja. Ja, dann lass mal wechseln. Gebt mal einer nach rechts. Nach links, mein ich. Einer von euch. Jungs? Hey, ich bin 1. Hä? Nein. Ich versteh nicht. Hä? Ich bin 1. Ich drücke jetzt nichts. Warte mal. Alter. Jetzt bin ich 3. Genau, passt. Nee, aber ich weiß nicht, wer ich... Ah, ich bin Spieler 3. Okay, ne, wo meint. So, jetzt, jetzt passt's ja. Mit wem spiel ich zusammen? Mit Alex? Ich bin der 3. Keine Ahnung. Na, wer ist denn der Rote? Okay, ich bin... Ich fahre rot. Ich bin... Wer ist blau? Ich bin lila. Also Alex ist links mit Michi. Ich bin mit Dima. Nein, ich bin rot. Hä? Dima, bist du blau? Ja, ich bin blau. Warum bist du rot? Junge! Ich bin immer... Ich bin die ganze Zeit rot. Ich hab doch gesagt, du weißt. Ja, weil ich die Seiten gewechselt habe. Warum? Ich hab doch gesagt... Einer soll nach links, hab ich gesagt. Egal, wir spielen einfach. Äh, ei. So, jetzt. Michi? Ja. Ne, wer ist denn Spieler 1? Ich bin Spieler 1. Immer noch. Achso, ja. Dann ist doch gut. Dann passt doch. Äh. Äh. Ich bin Spieler 3. Okay, der ist noch fetter. Einfach so ein Pub-Shift. Ah, jetzt gibt's zwei Seiten. Ja, das ist das Witzige. Ach, wir sind so. Ja, wie geht aus? Er will nicht mal. Du bist doch mal sehr rot. Jawohl. Komm, na. Gut, so gut. Komm, 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 pass. Wüsste ja, regiert mich auf das Ding. Hey, das ist so unfair. Jawohl, jawohl. Komm, 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 komm. Ich hab' schießen. Ja, durch das Schießen. Abgeschossen. Hä? Stört, gut. Ach, ich. Team, ich passe. Woher wisst ihr eigentlich, welche Seite wichtig ist? Hä? Keine Ahnung. Ausgründung. Jetzt, wo du sagst. Los, Alex. Los. Ja. Nein. Oh, sehr gut. Ja. Ey, ist unschärfbar. Boah. Als ob, ey, die das... Ah, hier ist die Fähigkeit. Ja, genau. Also, die Fähigkeit ist LLT. Hm, die Schere. Alex. Boah. Ich guck irgendwie auf blau, das darf nicht sein. Komm. Da, rein. Höher. Oh, komm, ey. Oh, ja. Okay, dann. Hör, warte mal. Ich bin da, ich P3. Oh, um 60 die Ecke. Ja, schießt. Hast du. Ja. Jawoll. Das macht gar keinen Sinn. Kannst du dir mal gleich machen? Keine Ahnung. Oh. So, die mal freie Fahrt. Nee. Nee, nix mehr freie Fahrt. Oh, Alter. Willst du dich verarschen? Kollege. Hallo. Komm, kleiner. Komm, 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 komm. Ja, ja. Hier, hier zu mir. Ach so, oh, lol. Du bist ja hinter mir. Macht dir gar keinen Sinn. Komm, 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 komm. Zieh durch. Ja, was machst du denn? Ja, ich konnte nicht mehr stoppen. Nein, nein. Ey, die war. Ja. Bababam. Aber bui. Das ist witzig. Das erinnert mich an, oh Gott, wie hieß denn das Spiel damals? Mario Football oder sowas? Auf der Nintendo? Komm, komm, komm. Pass doch, wenn einer auf dich zuläuft. Ich kann nicht passen. Ich kann nicht abbrechen. Ich kann nicht. Was erzählst du denn? Das war ganz knapp, aber gut. X ist passen. Ich habe die mal fünfmal in die Fässer gehauen. Was hat das jetzt mit passen zu tun? Erklär mir das. Ja, nix mit passen zu tun. Aber ich habe, guck mal, wie ich von ihm erst stehe, ihm fünfmal in die Fässer haue und er einfach weiterschießt. Das ist unfair. Ah, ja. Komm, komm, komm. Außerdem ist mein Typ zu lang sein. Ich habe voll den Wichser hier ausgewählt. Warum gehst du denn so nach dran? Ja, weil er nicht absimsen kann, der dumme Hund. Alex, falsches Tor. Der falsches Tor. Hä? Das bin ich, wenn ich das Griecher. Alex, falsches Tor. Die mal hat die Farben leeren und die abgeschlossenen Kunst. Oha, oha. Michi, kloppen, kloppen. Du bist das, du bist es. Du kannst auch rein. Du kannst auch rein. Wie, echt? Natürlich. Was ist das für ein Nummer Spiel? Hä? Das ist doch normal beim Meishockey. Ja, aber nicht, wenn ich fünf Kilometer weit wegstehe. Ja, ist doch egal. Du kannst doch da rein. Du kannst doch trotzdem rein. Was ist das? Du stehst du da gar nicht? Ach so, ich habe den Typ gar nicht gesehen. Du hast dich abgelehnt. Kann ja das Ding sein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich nicht. Bam. Das müsste noch ein bisschen schwerer sein, wenn man so weit weg ist. Aber sonst ist es echt witzig eigentlich. Einfach A drücken oder halt X beziehungsweise. Hat kein Sinn das Spiel. Doch natürlich, diejenigen, die da vorne stehen, die betteln sozusagen um den Ball. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir jedes Mal dasselbe holen. Keine Ahnung. Warum wir? Das sind nur zwei Spieler. Let's ball. Da ist es, das war glaube ich meine Fähigkeit. Oh, ja genau. Genau das. Ähm. Ähm. Ich hab's glaube ich um. Was? Nee, er hat weggeknallt. Boah. Jawohl, jawohl. Äh. Ja. Einer nimmt den Punkt, ist okay. Komm, Michi. Komm, 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 komm. Was? Alter. Jawohl, 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 jawohl. Wie lange das dauert? Du bist ja aufgehend, ey. Ja. Ha, Michi, wie hier. Das sind ja, wir hatten den, ah, jetzt. Komm, oh, ja. Naja, okay. Nee, ich fand ich so, ach so, man darf sich fest loslassen, ich verstehe da später. Du musst das Ding. Ja, ich will das, das ist, wird doch langsam sein, du bist das. Äh, ja, siehst du, ich sag das, ist verpackt. Keine Ahnung, also ich hab die Tab getroffen. Hi. Hey, ich hab doch gepasst, wo ist der hin? Ja, hast du? Hä? Hör, was war das denn überhaupt? Ey. Aua. Oh, scheiße, scheiße, die sind so weit vorne, komm. Ja. Nein. Komm, pass. Was? Ich mach nix. Kann ich, naja, kann ich mir nochmal. Ich hab keine Fähigkeiten. Doch, ich hab noch harte Fähigkeiten. Nein, guck doch bei mir oben. Guck doch bei mir oben, das wird angezeigt. Ach so. Okay. Komisch. Wie ist das denn, was das schwarz sind? Ja, weil mein Typ scheiße ist. Hey, also grad nur gemacht? Ja. Junge, alter. Hier, guck, man macht immer das selbe, das ist einfach Zufall. Aber das ist falsch dargestellt. Komm, komm, pass doch. Ich kann nicht, die sind doch im Weg. Hä? Du sollst nicht schießen, du sollst passen. Ja. Ja, ich weiß, die sind doch im Weg. Der steht auch zwischen mir und dir. Ja, nice. Ich passe mir nicht in die Hand. Ich find's witzig, hatte ich gesagt. Machen wir noch eins? Jo. 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 Ja. Ich guck mal kurz, wie lange haben wir schon, hab ich aufgenommen? 20 Minuten, passt doch. Ich guck noch eins. Es gibt leider nur... Oder vielleicht muss ich noch andere Karten freischalten. Ich glaub ja, ich muss die Story erst durchspielen, damit ich andere Karten freischalten kann. Es gibt noch Fernsehkarten, es gibt auch nur Eis. Ne, wer hat doch von die zwei, die andere gespielt? Wir haben davor eine andere gespielt. Beim ersten Mal. Ja. Ja klar. Da oben, da. Mighty Dogs haben wir von gespielt. Aber wie gesagt, gibt's anscheinend nur zweit. Wenn man die Karriere noch nicht durchgespielt hat. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool, das lief früher bei den Spielen. Wir können ja auch Computer einstellen. Dann können wir 3 gegen 3 spielen. Wie 3 gegen 3? Ja, mit Computern. Das jeweils... Man kann auch 3 gegen 3, hab ich vorhin gesehen. Ja. Na? Hä? Bist du doof, die Mach? Ich versteh nicht, wie du meinst. Deswegen ja Computer. Man stellt jeweils einen Computer für euch rein und für uns. Oh, dann sind wir 3 gegen 3. Das sind 3 gegen 3. Das sind 3 gegen 3. Ich dachte, du willst doch so, dass wir alle in einem Team sind. Ne. Das geht natürlich nicht. Das wäre ja 4 gegen 4. Ja, deswegen ja. Ja, deswegen ja. Also ich hab gefragt, wie 3. Deswegen ja. Also man kann entscheidend dann auch Ginz und sowas freischalten. Also der ist kacke, warum man den Typen genommen hat. Der hat keine Fähigkeit. Der ist einfach nur breit. Warum auch immer. Oder so. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur Scheiße. Nicht so gut leicht ausknocken. Wenn der Puck hat, ist schon neil. Vielleicht, ja. Der kann gut ausknocken. Nicht ausknockt werden. Der kann nicht ausknockt werden. Ich weiß nicht. Ich konnte ganz gleich ausknockt werden. Ich bin immer auf den Arsch gefallen. Junge, du kennst immer noch nicht die Tasten, Alter. Doch. Du hast Angst vor das Spiel. Du wolltest dich gar nicht mal prügeln da drin. Ja, weil das Spiel mir nichts erklärt. Das geht nicht, Alex. Ich werde auch mal zu nehmen. Wenn ich immer schon player. Ich bin's. Ich hab' dich jetzt. Oh, fair enough! Da siehst du, das hat, macht dich gar nichts. Ach. Wir werden wir nie sagen. Let's go. Ich hab' dich fahren. Ich bin violette. Ah, schade hinweg. Ich hab nicht mal den Puck, ihr Arschgesichter. Schatzel, du verdienst es. Hä? Was schaffst du dir schon mal abschießen? Ich bin ab, ich bin ab! Nein! Oh, du fettes Drecksvieh! Die war, die war! Alex! Die war, hat mich weg! Komm, mach in die Ecke! Woh, what? Warte, 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 warte! Die war, komm! Warte, warte, warte! Die war, komm! Wurde, was macht die hier? Ach so, du hast ne Fähigkeit aktiviert. Alter, klackst du mir immer die Fähigkeit jetzt, deine. Willst du mir wieder? Aktivier mal deine Fähigkeiten. Boah, könnte man nicht so fett sein? Aktivieren, oder was? Aktivier deine Fähigkeiten. Wofür? 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 Wofür willst du von mir? Er hat ganz viel mal spielen lassen. Ist doch auch so, Alter. Da kommt er mir an, Alter. Sag mir, aktivier mal Fähigkeiten. Äh, aktivier mal Fähigkeiten. Du bist ein Südgeiler, ey. So, die war, go! Die war! Ne. Hat er nicht, hat er nicht. Pass, 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 pass. Hö, hö! Was war das denn? Alter! Das wieg? Ja. Wenn jetzt... Ha! Geht da durch Scheiße. Geht da durch Scheiße. Alex! Hä? Ja! Ja, 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 ja. Rein da! Rein da! Rein da! Rein da! Jawohl! Hä, was? Ne, gar nicht. Nein, ich hab' jeder verlor, das Spiel ist. Und mein Typ steht nicht auf. Jo, genau. Ach, komm ey! Schiebung! High five, lieber! Ich spür's. Ganz zuerst jetzt. Ey, funktioniert das? Manier funktioniert das. Ich hab' jetzt Dings ausgewählt, ich hab' Schere ausgewählt. Hat funktioniert nicht. Okay. Nein, das ist glaub' ich, weil... Komm, 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 komm! Hau den oben! Hau den oben! Hey! Perfekt! Go, Dima! Ach! Scheiße! So einfach, Junge! Direkt hier! Zehn Sekunden auf Start! Ne, das funktioniert nicht richtig, weil wir quasi über den selben Bildschirm spielen. Deswegen funktioniert das nicht. Spieler 1 fällt jetzt aus. Also scheißegal, jetzt... Der andere kann gar nicht auswählen. Achso, man muss beim Pass noch ziehen. Okay, sorry. Schon auf mich schon. Ja, schon richtig. Ey, Alex! Ganz ehrlich! Boah, Gliescher, wie schaffst du das eigentlich immer? Wie, was meinst du, was ich das schaffe? Gegen Alex zu fahren? Weil er so fett bist du ja, Junge! Huah! 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 Was? 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 Das ist mal ein Eigentor! Oder nicht? Wer spielt zwei? Ich dachte schon. Eigentor! Junge! Schiebung! Ja, ich dachte, die haben sich selber ins Tor geschossen. Verstehst du? Nein. Nein? Das war ich. Ja, weil ihr dumm seid. Wir sind dumm, ne? In dieser Konservation. Och, Gliescher, komm. Hä? Ey, Gliescher! Ich hab doch grad ein Tor gemacht, was du nur willst! Nein! Bei einem sehr gutes Tor! Ohne aufzuladen! Hallo! Was ist mit der Kamera los? Ich seh dich! Alter! Ich hab mich noch umgeschubst! Ey, komm! Hast du? Ganz knapp! Doch, ist reingegangen! Ja, nice! Hui! Ich hab vor allem, als ich das Tor gemacht hab, ich hab nur ganz kurz, also wie bei FIFA, so kurz aufs Tor gezielt und dann geschossen. Also du musst nicht durchziehen anscheinend, um zu treffen. Aber ist halt besser, theoretisch. Oh, leul! Oh, leul! Oh, leul! Warte! Jetzt! Hier! Komm, komm, komm! Nein, ehrlich! Geht nicht! Was geht schon wieder nicht? Erzähl keine Scheiße! Geht nicht! Ach, ich glaub, funktioniert! Komm, ich hab die hier weggemacht! Ja! Die ist hier nach vorne! Die war nach vorne! Der Junge kann nix, siehste! Pass, pass, pass! Die ist hier schon wieder vorne! Hui! Jure! Hallo! Komm, Michi, passt! Was? Pass! Natürlich kannst du! Nein! Die sind doch nichts! Kannst du nicht gucken! Uuuuh! Jetzt, komm! Ey, Alex! Ganz ehrlich! Junge! Ich bin dein Nemesis! Die war jetzt! Boah! Genau so! Genau so! Scheiß Fettsack schon wieder! Ich seh nix, Kamera! Ich seh nix! Was ist hier los? Komm! Zieh durch! Was soll ich denn durchziehen? Das geht nicht! Zu mir! Ja! Ah! GG! Ah! Hä? Das ist doch nicht euer Ernst! GG! Nein! Nein! Der ist dazwischen gegangen! So, genau so! Dima! Ah, schade! Dima, hast du, hast du, hast du! Alex! Los! Ja! Klopp! Klopp! Gib den! Gib den! Dima! Das ist so fake! Dima, los! Los! Schieß! Ich werde hier abgeschießen! Schieß! Zieh? Ja! 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 Was ist das denn da? Jawoll, jawoll! Wo ist der Ball? Ja, der Ball! Ist auch so ein Ball! Komm, pass! Fuck! Ok, ich mach ihn jetzt! Guck mal, ich mach jetzt ne Manöver! Ich bin... Jetzt mach... Alter, super Manöver. Fällt mir gut. Ist okay. Ja, das können wir eh nicht mehr gewinnen. Jürgen, du hättest nur passen müssen. Einmal im Next. Das können wir nicht mehr gewinnen. Wieso haben wir zwei Tore in einem... Ich will nie wieder hören, es geht nicht. Halt's Maul, ich will nie wieder hören, es geht nicht. Es geht nicht. Die Spieler Dima, der hat nach 10 Sekunden ein Tor gemacht. Der hätte den locker geschafft. Dima Maestro hier. Ich erwähne mehr Punkte von uns beiden. Ja, das Grischa hat am meisten Punkten. Das Grischa hat auch gewonnen. Viermal gleich. Das geht nicht, Alter. Spaß dir. Das ging auch nicht. Das ging auch nicht. Ich hab die Taster gesückt, er sagt nö. Er sagt nö. Die Sachen, die gehen gar nicht. Er sagt einfach nö. Noch eins oder was? So, ich bin jetzt beim Voten. Wer ist das von euch? Ich? Ich? Okay. Äh, ich find das für den Zaubere eigentlich cool. Ehhhhh. Fürsicht Dima. Ja, du kannst zwei Mal mit welchen haben. Jaja, die Maske. Die Maske. Komischerweise sind die nicht so gut, Alter. Wenn man durchzieht. Du bist rot. Du bist rot. Äh, ja. Ich bin der einzige Magier, also. Wenn es jetzt nicht. Naja, ich bin orange. Bin ich rot. Hä? Ja, ich bin rot. Aua. Let go, Michi. Ja, gut. Zieh durch. Ich bin ich. Ja. Die schaffst du mich kaputt. Keine Ahnung, kann sein. Das ist also ein, die sich im Wesen. Biss im Wesen. Ne, ich hab auch. Ich hab doch Spiel. Ey. Ich hab doch. Ich hab doch Spiel 1 und genug. So mich hier genauso geht es. Ich hab auch. Ja, ja. letzten sekunden wo ist der scheiß puck oh mein gott hört auf diese zeitpähigkeit zu machen weil man muss beim passen gar nicht ziel der zickere scheiße ja doch ich wusste oh knapp Junge überall wirbelstürme bild eure face alter nein ich geh gleich weiter ich passe schade schießt einfach genau das seit ja genau das hatte ich getroffen ja ich sollte ihr schon wieder bekommen kommt sie durch hey oh 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 aua look Ja, komm, 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 komm. Ich doppelpass. Ist du durch? Boah, Alter! Ja! Der Scheiß-Buch! Ja, ja, klopp, klopp, klopp! Let's go! Gib ihm, gib ihm, gib ihm! Ja, wir haben es, glaube ich. Nein? Nein, wir haben es. Genau so, wir sind nach vorne, nach vorne, nach vorne! Jawohl. Oh, nochmal. Ich, ich passe, ich passe! Du kannst direkt rein! Ich geh nicht, ich wurde weggefickt von einem von denen. Ich wurde weggefickt. Ey! Komm! Äh, 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 äh. Aua! Diese Fähigkeit! Wie gesagt, man muss eigentlich nicht durchziehen. Geh doch weg! Ich bin nicht so schnell. Nice! Siehste! Genau das meine ich! Genau das meine ich! What the fuck! Holy shit! Nice! Ja, zieh durch! Oh, das ist gar nicht gut! Oh, das ist gar nicht gut! Nicht durchziehen lieber! Nicht durchziehen lieber! Nicht durchziehen lieber! Genau! Könnt's mal sammeln! Ja, durchziehen! Ich geh nach vorne! Ah, genau! Hier! Oh, Scheiße! Zieh durch! Oh, Junge! Diese Fähigkeit! Ey! Oh! Passt! Hö! Du hast gar nicht! Gut so! Geh zu mir! Pass! Hey Mann! Mach mal nicht! Jetzt! Ey! Hey! Junge! Einmal! Will ich mal! Will ich mal durchziehen! So, Ritz! Ah, genau so mit ihm! Ja, ja, ja! Was machst du denn? Jawoll! Ja, ich hätte sowieso nicht mehr schnell genug schießen können, als dass jemand da wär! Okay, ist der Entschuldigung! Ja, komm, komm, komm! Da kannst du noch rein! Da kannst du noch rein! Michi! Michi! Jawoll! Das ist so klein, das Ding! Ein bisschen Zielwasser hier noch! Ja, das ist voll Kacke mit dem Controller! Ja, das ist voll Kacke mit dem Controller! Warum schaff's jeder von uns? Ja, ich hab's schon auf dem Tor getroffen! Michi, ich pass rüber! Und? Hä? Was machst du denn? Ja, ich hab in dem Moment direkt gedrückt! Hä? Ach, Scheiße! Ich hab eine Kasse gedrückt! Ey! Junge! Hey, hey! Halbige Scheiße! Was ist denn das hier? Oh mein Gott, diese Fähigkeit! Hey! Komm! Pass, pass. Hö? Wâh! Ja, macht die durch! T episch! Hm! Ich habe wieder auf der Taste. Ja, die mal auch. Ich passe. Und? Ich passe. Hey, wir haben den ausgelockt. Schnell, schnell, schnell. Einfach drauf schießen. Nein! Ah, scheiße. Jeckt mir die Fehligkeit. Oh mein Gott, endlich. Meine Fresse. Das hat uns lange gedauert. Unverdient als Maul. Magier verdienen sowas nicht. Ja. Hey, hier kein Magier-Rassismus. Oh, scheiße. Bin ich denn überhaupt da? Jawoll. Hey, wer hat mich denn hier ausgenommen? Davon. Oh, kannst du passen? Jawoll. Oh, mein. Genau so. Schön mit der Hacke. Guck dir das an, hier. Guck dir das schöne Ding an. Zack. Zack. Vier Sekunden habt ihr. Let's go. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ja, das war so klar, dass er spielt wie ein Bastard. Das war so klar. Taktik, das war das im Fußball. Ja. Wollte mich doch in Legut Schwalbe machen. Das war Taktik. Das war Taktik. Cheg. Ja. Okay. Vielen Dank.